ein gemeinsamer traum glaube ich den wir auch beide haben ist dass wir träumen dass die ganze familie gesund bleibt wir haben also jetzt nach einer relativ langen krankenphase einiges erlebt und und das sind so die wünsche oder die träume die man hat man muss immer irgendwie ein ziel vor augen haben wo man hin möchte ob man es erreicht oder nicht dass das hängt von ganz vielen dingen ab die gesundheit das glück dass man halt gesund sein darf und uns helfen kann stärkt die familie unglaublich und da entsteht eine liebe die man vorher vielleicht gar nicht so gesehen hat oder auch vielleicht nach langen jahren gar nicht mehr so präsent hat und plötzlich ist das ein ganz anderes gefühl geworden